Schlagfertigkeit und überzeugende Rhetorik im Business. Herzlich willkommen zu diesem Intensivseminar, wo Sie insgesamt 80 Prozent Trainingsanteil haben. Sie erhalten konsequent Feedback von den anderen Teilnehmern und von mir zu Ihrer Rhetorik, zu Ihrer Dialektik und Ihrer Schlagfertigkeit. Allerdings im Vordergrund des Ganzen steht, neben der Übung, dass Sie lernen, wie Sie Ihre Grenzen in der Schlagfertigkeit zu setzen haben. Was kommt beim anderen konstruktiv, was destruktiv, was überzeugend und was überzogen an. Trainieren Sie Ihre Schlagfertigkeit, trainieren Sie Schlagfertigkeit und überzeugende Rhetorik im Business. Herzlich willkommen, Ihr Carsten Bredemeier, Profis arbeiten mit Profis.